Nordic Walking und Yoga, das ist eine gute Kombination. Nordic Walking ist ein gutes Ausdauertraining. Nordic Walking aktiviert auch die Beine und die Arme, den Kreislauf, das Atmungssystem. Nordic Walking stärkt auch die Schultermuskulatur und die Muskulatur im oberen Rücken, dient also auch, wenn du es richtig ausführst, für eine Gesundheit der Schultern langfristig. Und Yoga ist ein meditatives Körperübungssystem, wo du mehr nach innen gehen kannst, wo dann auch Kraftübungen dabei sind, Entspannungsübungen, Bewusstseinsübungen, Konzentrationsübungen. Nordic Walking und Yoga zusammen ist eine wunderbare Kombination und in Yoga Vidya Ashrams gibt es zum einen Yoga Nordic Walking Seminare, wo du sowohl Yoga wie auch Nordic Walking lernen kannst. Und wir haben bei Yoga Vidya Bad Meinberg auch mindestens zweimal die Woche Nordic Walking samstags und mittwochs. Da kannst du eingeführt werden ins Nordic Walking und du kannst dann auch für dich selbst Nordic Walking üben. Oder Bad Meinberg gibt es auch Nordic Walking Trainer und Nordic Walking Gruppen. Und wenn du bei Yoga Vidya Bad Meinberg bist, kannst du auch bei den von der Kurverwaltung organisierten Nordic Walking Wanderungen mit dabei sein. Alle Infos auf www.yoga-vidya.de